von der Fahrerkabine aus an die sich ständig ändernden Erntebedingungen angepasst werden. Ein Mähdrescher arbeitet am ertragreichsten, wenn das Korn vom Stroh getrennt wird, bevor es zu den Strohschüttern gelangt. Der Multi-Crop-Separator, MCS, passt sich diesen Bedürfnissen problemlos an. Das exklusive MCS von Labeda leitet die Trennung des Ernteguts ein, was jedoch nicht zu einer Minderung der Strohqualität führt. So besteht zum Beispiel bei besonderen Produktbedingungen, die etwa zum Dreschen von sehr spröben Stroh, die Möglichkeit die Körbe auszuschließen und somit den Belüftungsmodus des Systems voll auszunutzen. Üppige und lockere Schwaden sind die ideale Voraussetzung für die Ernte und das Pressen des Strohs. Ein geordneter und kontinuierlicher Produktstrom nützt die Fläche der sechs Strohschüttler bestmöglich aus und garantiert so eine maximale Trennung des Korns. Die weitläufige Oberfläche des Vorbereitungsbodens verteilt die Mischung aus Spreu, Kurzem, Stroh und Korn auf ideale Weise, sodass die Siebe und der Lüfter mit der Bearbeitung beginnen können. Die beiden einstellbaren gegeneinanderläufigen Schliebe mit Spezialprofil garantieren ein perfekt sauberes Korn und erhöhen so den Ertrag, was nicht zuletzt auf ein Verdienst der exklusiv hergestellten Lamellen ist. Der leistungsstarke Lüfter mit Differenzial-Förderungsleistung verfügt über eine doppelte Luftautensaugung, oben und seitlich. All diese Charakteristiken sind eine Garantie für optimale Kornqualität, hohe Leistung, geringer Energieverbrauch und breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten. All dies gehört zur Serienausstattung der Mähdrescher von Lareda. Die Mähdrescher der Serie M verfügen über einen Korntank mit 8.200 bis 9.000 Litern Inhaltsvermögen und einer Entladekapazität von 105 Litern pro Sekunde. Dank des großzügigen Korntanks und der hohen Entladegeschwindigkeit können diese Mähdrescher eine beachtliche Tagesproduktion vorweisen. Das Entladerohr an der höchsten Stelle des Korntanks erleichtert mit seiner horizontalen Schwingstellung, die vom Fahrerstand aus gut einsehbar ist, das Auffüllung einer jeden beliebigen Anlass. Alles ist darauf ausgerichtet, die Wartungsarbeiten so rationell wie möglich zu gestalten. Reichlich bemessene seitliche Zugangsklappen zu den Antriebsorganen und den inneren Bestandteilen. Ein drehbarer Filter, der schnell ausgeklimmt werden kann, für einen schnellen Zugang zu den Kühlern und den weiteren Bestandteilen, wie zum Beispiel zur Klimatisierungsanlage. Kein anderer verfügt über eine längere Lebensdauer. Rund 80% der Blechkomponenten sind heizverzinkt und eine lange Lebensdauer und einen hohen Wertenthalts des Mähdreschers zu gewährleisten. Bei der Serie M hat Lareda wirklich an alles gedacht. Einfache Wartung, verkürzte Eingriffszeit, Kostensenkung. Die exklusive Fahrerkabine Commodore wurde den Bedürfnissen des Benutzers angepasst. Die Planungsabteilung von Lareda ist von einem grundlegenden Prinzip ausgegangen. Eine für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit des Benutzers, ideale Umgebung zu schaffen. Daher sind die Fahrerkabinen der Serie M in Bezug auf Rationalität, Ersteuerung, Komfort und Ergonomie auf dem höchsten Stand. Einige Beispiele. Leichter und sicherer Zugang über die standsichere Leiter und großzügige Kabinentür. Maximaler Komfort durch eine Lenksäule mit dreifacher Einstellung und einen Fahrersitz mit selbstregulierender pneumatischer Aufhängung durch hervorragende Ergonomie und die Kontrollmöglichkeit aller Maschinenfunktionen mit Hilfe eines polyfunktionalen Bildschirms sowie durch einen exklusiven Multifunktionshebel, der in die Armlehne des Sitzes integriert ist. Maximales Sichtfeld von 360 Grad dank der weitläufigen Sichtfenster. Dem Fahrer steht darüber hinaus eine unter dem Beifahrersitz versenkbare, tragbare Kühlbox zur Verfügung. Und für den Liebhaber besteht die Möglichkeit, ein Radiogerät oder einen CD-Spieler einzubauen. Des Weiteren können auch eine Videokamera mit Farbdisplay sowie das GPS-Satellitensystem installiert werden. Um die Charakteristiken der Serie M in ihrem Wert noch zu steigern und hervorzuheben, hat die Planungsabteilung mit den Fachleuten der großen Marken unter den Motorenherstellern zusammengearbeitet, mit Unternehmen, deren Wertvorstellungen mit der Firmenphilosophie von Lavedar bei der höchste Güte im Mittelpunkt steht, ein Perkel. Iveco und Caterpillar. Leistungsstarke Motoren, die sich durch Brillanz und Zuverlässigkeit auszeichnen und einen geringen Konsum versprechen. Leicht zugänglich für eventuelle Wartungsarbeiten. Wie auch immer ihre Wahl ausfällt, ein Höchstmaß an technologischer Qualität und Umweltschutz ist ihnen gewiss. Die Mähdrescher der Serie M sind mit einer Vielzahl von Arbeitsscheinwerfern ausgestattet, wodurch die Arbeit auch bei Nacht problemlos und mit guter Sicht fortgesetzt werden kann, solange die Erntebedingungen dies erlauben. Die neuen Mähdrescher der Serie M von Lavedar stehen ganz im Zeichen von konstant guter Produktionsleistung, die auch nach einem langen Arbeitstag noch gewährleistet ist. Die richtige Wahl für alle Erntegüter auf jedem Gelände. Lavedar. Seit 130 Jahren stellen wir für Sie landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge her. Untertitelung des ZDF für funk, 2017